Ja, diese Woche haben wir schon viel auf den Gegner hingearbeitet, gestern und vorgestern. Und ich glaube, wir haben wieder hart gearbeitet, dass wir das Spiel von Sonntag ein bisschen aus dem Kopf kriegen. Und morgen ist ein neues Spiel, Gladengfurt letztes Jahr Finale gewesen, eine super Mannschaft. Ich glaube, wir haben uns gut vorbereitet und morgen sind wir hier und wir gewinnen. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Woche gemacht. Ich glaube, die Leute haben wirklich hart gearbeitet. Und wir haben viel teaching dieses Woche. Also, ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Wir haben ein paar Team Meetings. Wir haben über das, was wir müssen, insbesondere auf der Straße gehen. Und wir wollen uns nicht in den Fuß. Wir wollen uns sicher, dass wir unser bestes Fuß vorangehen. Und wir wollen uns ziemlich maravilif Jettel swigs. Und wir wollen uns gern imses77en.